Hallo und herzlich willkommen mit dieser Scheiß-Map zurück. Gerade eine Diskussion gehabt, weil in der WG irgendeiner anscheinend so viel Toilettenpapier beim Kacken benutzt hat und die Toilette jetzt ein bisschen rübergeschwemmt ist und der Typ das halt nicht gerallt hat, dass die verstopft ist und geht da halt voll so gescheit auf die Toilette füßen, spielt und auf einmal läuft die ganze Toilette übel. Übrigens, fahr mal rückwärts, fahr mal rückwärts. Genau. Ja, hattest du oder so dann vor, irgendwann. Er schreit da den ganzen Flur zusammen. Ja, kackt doch einfach und halt die Fresse, Mann. Das ist nämlich normal. Ich soll jetzt rumheulen und fielst. Digga, den hättest du machen können. Ladies first. Wir haben verkackt. Der will Nachschuss machen. Ich halte den anderen auf. Der passt in Laufenden. Oh, warte, ich muss wieder Virtual Detail aufmachen und muss die Sounds hinten rein. Warte. Äh. Ich habe ja den Virtual Detail, wo ich habe und so Musik zusammen mixt aus langer Weile. Da habe ich letztens festgestellt, dass es auch so Dinger gibt wie Applaus und so ein Shit und Sirene und Explosionen und so ein Rotzen. Jetzt benutze ich das halt ab und zu. Da hatte ich vorhin eine Fun-Aufnahme in LOL, wo ich so ein Set hatte. Ich bin zerplatzt und er ist danach einfach durch meine Ehe gestorben und hat es voll im Knall gelassen. Da habe ich einfach die Explosion abgespielt. Okay. Ja, ey, ich muss Spaß haben, weißt du? Das ist zum Beispiel gerade eben bei dem wunderschönen Tor, weil das war wirklich nicht einfach. Oh, scheiße, ich habe den getroffen, aber einfach halt nicht. Oh. Hat sich angefühlt wie eine Zensur. Oh, der geht ja nicht. Ja, du wolltest glaube ich oben mal... Äh, hallo? Ich habe gar einen Knie-Druck gesucht. Wo ich den Knie-Druck hin, Alter? Ey, ich voll geil verlängert für dich. Er fährt fort, 20 Sekunden später, nicht mehr 20 Sekunden später, er ist auf einmal gar nicht mehr da, wo er war. Geht's denn in die Mitte? Ja, nein, der macht mich von. Der ist jetzt lieber. Boah, ich bin genauso daneben gesprungen. Das war's. Das war's. Ja, das war's noch mal verdient. Hä? Das war's. Das war's, guck dir an. Wir beide so Ballettübungen, weißt du so? Der eine rechts vorbei, der andere links vorbei, so. Das kann ich gar nicht drauf zusammen, weil das Klo überklopfen ist. Egal, wer was jetzt anders ist, wenn mit scheiß anderen Pimblech oder so, aber nicht, weil das scheiß Klo überläuft. Das kommt vor einem Lever. Aber das kann schon teuer werden. Da war nur verstopft, ich will wieder abklopfen. Aber im ersten Moment ist halt alles, ich komme der den Klo vollkwässer anscheinend, ich einfach nur überklopfen. Der wird gerade gemeint, Digga, was machst du jetzt noch? Scheiß Welle, das ist nur Wasser. Ja, und Pisse. Stimmt, selbe Problem, ich stehe da drin. Der hat ja reingepisst, ne? Oh, Kacke. Hm, 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 hm. Hast du den Trick gesehen? Hey, wo ist mein Flankenmann? Machen die sel... Hm, hm, doch. Das ist ein wunderschönes Tor. Wie ist diese Odd-Map? Wir müssen, wir müssen, ja, aber ich muss jetzt auch wieder, auf dieser Map muss ich mir auf Krawall gehen. Ich kann dich nicht nur alleine arbeiten lassen, weil du kommst auf der Map nicht klar, weißt was ich meine? Ich krieg da gar nichts, Schüsse, ey. Ich denke mir die ganze Zeit, ja, irgendwas wird schon schaffen. Oh, Gott. Alles klar. Oh, die kommt, der kommt mit... Ja, ich bin aber zu nah. Ja, ich war auch zu nah. Ja. Ich bin aber zu nah. Ja, ich bin halt über das Tor hinweg. Kann ich nicht leben. Alles klar. Könnte aber ungünstig werden. Boah. Alles klar. Solange hier Benediktöbel ist im Tor steht, hat er gar nichts. Das ist klar, Alter. Da war Mace und Özi seinen Schützaugen darin. Ich hab einfach versucht, runterzuschütten. Schieb ihn von der Blanke. Schmeiß ihn runter, Männer. Alter, Buchram mich noch einmal und ich bring deine Mutter ins Grab, gell? Das ist mir alles halt ziemlich egal, was sie davon hält. Er war mal sechs Spiele. Das Spiel ist eh verloren. Okay. Ist es nicht. Jetzt sagen sollen wir... Ah! Vielleicht besser zum Ball stehen. Immer in den letzten Sekunden. Und ich mach wieder Ballettverführung im Hintergrund. Komm, wir machen jetzt Ballettverführung. Beide Flieger hoch. War doch geschehende Verführung. Ah! Ein japanisch-russisches Auto hab ich auch noch nicht oft gesehen. Hey, was geht ab? Wir feiern... Feiern die ganze... Die ganze... Hey! Ja. Das ist ziemlich genau, oder? Das sieht für uns immer aus. Da ist einer Sneaker. Den darf ich treten. Mich nie. Ich bin wieder mit dem Schein. So, jetzt kann ich wieder carry den. Hey, der Sneaker, der Mitte treten. Austreten. Hallo, das ist ein Schuh. Den darfst treten. Ist er einfach auf Schuhe, oder was? Danke. Lol, wie hat denn der den bekommen? Äh... Ja. Hast du das denn jetzt? Schreiben wollen und nicht Blatt hier. Hierher. Guck, auch der kann ich alles dabei machen. Da war die, eine der allerersten Mets. Oder die allererste Mets. Okay. Flogen Paladin an mir vorbei. Ich hatte einen schweren Unterfall mit Sneaker. Ich habe gegen mein Auto getreten. Ich habe wieder Sneaker einen schweren Autounfall vorgesagt. Also irgendwie treten ich und Sneaker sind die ganze Zeit. Vielleicht brauchen wir mal einen Sneaker. Ach komm. Genau, finde ich auch gut. Spiels einfach vorbei. Ah genau, finde ich auch gut. Er spielt es zurück. Okay. Okay. Ähm. Das, der kriegst du, äh. Ich hätte ihn gehabt, also insofern. Der hat mich ungewollt. Ich habe einen Autounfall. Wir haben wieder eine Lacke. Wow. Sorry. Ich schieße gerne auf die eigene Kamera. Ich schieße gerne auf die eigene Kamera. Ich schieße gerne auf die eigene Kamera. oder hat dieses in grob in an der wand keine diskussion wird die parade habe ich keine parade ich habe ja vorher den ball drüber dazu und für so eine parade digga das war ein tor eine diskussion hier gar kein der sneaker ich denke grund warum der so heißt gar m 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 Oh, hast du gerade gesehen, wie ich ihn bekommen habe? Und schluss bin ich einfach hingedriftet. Ähm, bin ich leicht unter? Bin ich minimal 80er? Weißt du, das war ein Volley, aber ich krieg keinen Volley-Treffer. Alles klar, Rocket League. Jetzt genauso wieder. Geht nicht. Geht nicht. Ja, wahrscheinlich! Jetzt putenfresser. Kacke. Hm, der kommt. Gut. Hey. Der wär gut gekommen. Wenn einer von uns nicht mehr schießen können. Ich hatte einen schweren Autounfall, aber hab Sneakers am Toreschießen abgehalten. Und den anderen konnte ich nicht. Wie langweilig kann Menschen sein, dass die lachen, wenn denen langweilig... Alter, Alter. Wie der Sneaker immer den gleichen Scheiß abzieht. Ich bleib mal kurz fänden nach den Sekunden da. Komm. Ja, ich fahr zurück und auf einmal dreh ich mich um 180 Grad. Alles klar. Du gehst, du gehst, du gehst. Ja, der böllert den hoch. Und dafür geb ich keine Parade, oder was? Puh, das war gar nicht gut. Das war scheiße. Kacke. Das ist gar nicht gut, ich geh hinter. Der kleine Pizzara, da ist alle weg. Weg ist, ist es mir scheiße egal. Wo ich hinfliege und was die anderen tun. Und wir haben verloren. Ja. Wow. Warte mal. Hau da, hau da, hau da, hau da, hau da. Alter. Alter. Alter war seine. Das ist wirklich so ne Hurenveranstaltung. Wer zieht zuerst an den Haaren? Ja. Ah, endlich mal aus unserer Hälfte weg. Nein! Ich geh wieder hinter. Man könnte mich jetzt viel lauter hören, weil ich grad mein Headset nicht mehr auf hab. Weil ich, weil ich zu viel Angst hab, das wieder aufzuziehen, weil ich es wirklich schon drunter gemacht hab. Äh. Bin ich da. Oh Gott, dann könnte es kittisch werden, oder? Nein! Dann... Das ist ne Fehlgeburt. Das ist doch keine schwere Geburt mehr. Ich geh, ich geh, ich geh. Der hat's verkackt, der hat's mega verkackt. Das könnte kacke werden. Kacke gut meine ich. Nein! Ah, Mann! Diese Verlängerung, ey. So, hol dir das Teil! Bring es nach Haus, mein Sohn! Du musst den haben. Alle Flagge und das scheiße gescheit weg. Ja, ich konnte nicht. Ich stand scheiße dazu. Ich hab den anderen aus dem Weg geräumt. Ja! Nein! Du kannst nicht sagen, wir haben keinen Spaß gerade. Du kannst echt nicht behaupten, dass wir gerade keinen Spaß hätten! Nein, 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 nein! Ja! Danke, Gegner! Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Oh! Oh Gott! Alter! Ey! Oh Gott, dass du getroffen hast weg! Ich hab ihn einfach nur verzögert. Ich kann nicht mehr machen gerade. Hau dieses Ding weg! Hau dieses Ding weg! Hau dieses Ding weg! Komm, 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 komm! Endlich! Endlich! Ja! Alter, was eine... Was eine Sperrgeburt! Digga, das war eine Fehlgeburt. Das Kind war schon tot, wo es auf die Welt kam. So Leute, das war... Hammer! Das war mal ein spannendes Ende. Insofern will ich gar nicht drum rum. Ich hab einen schönen Tag noch. Aber da hatten wir eher Glück. Wir waren zappelt.